Heute ist der 1. Dezember, wir haben es gerade 22 Uhr. Wir haben es sicher bis zur südöstlichen Grenze von Belize geschafft. Er ist kein Tontechniker. Ich weiß. Ich weiß, was passiert. Ja. Sie haben den November überstanden. Ja. Toll. In den ersten Interviews wollte ich unbedingt auf die Ereignisse rund um den Mord eingehen. Für das Interview musste ich McAfee immer wieder dazu bringen, sich hinzusetzen. Und ich habe ihn ständig daran erinnert, dass er am nächsten Tag eingesperrt werden oder sterben könnte. Und wenn er sich nicht die Zeit dafür nehmen würde, wer weiß. Fühlen Sie sich hier sicher? Hier könnten Polizisten reinkommen, denn es gibt hier keine abschließbaren Türen. Das ging mir gestern Abend durch den Kopf. Das könnten sie. Ich sehe das genauso wie Sie. Ich fühle mich nicht sicher, seitdem ich geflohen bin. Sie könnte ich mich sicher fühlen.